So, hallo zu einer neuen The Forest Folge, die letzte ist ja schon ein halbes Jahr, ein halbes Jahr, ein halbes Jahr, ja wir haben eine kleine Pause gemacht in der Staffel 2, wir wissen auch noch nicht ob es direkt weiter geht, also weil wir haben gerade heute mal Zeit und wollen das mal ein bisschen reinschieben, ein, zwei Folgen aufnehmen und dann gucken wir mal ob wir wieder reinkommen und ob das so viel Spaß macht, damit wir wieder die komplette Staffel 2 fortsetzen, also es könnte sein, dass wir zwei Folgen machen und dann halt das nur, komm mal raus, genau und wir müssen uns erstmal ein bisschen reinfinden, also was wir rausgefunden haben, letztes Mal haben wir ja eh so Regale gebaut, waren auf so einer kurzen Tour unterwegs, ja gut, ich glaube da kommen wir halt schnell rein, ich denke mal, dass wir einfach die Regale weitermachen und dann mal gucken, Regale und dann halt überlegen, ob wir so neue Gebäude bauen dann, weil wir wollten ja eigentlich so eine Art Siedlung bauen mhm ah hier ist unser Garten, genau alles voll hier, genau, dann würde ich sagen ja, los geht's machen wir das, was das Spiel bringt, ich fülle mal die Sticks wieder auf und du hackst dabei mal ah, da waren Hase Hase? lass dich nicht wieder ablenken, fängt sich schon wieder so an aber Essen ist doch wichtig jawohl, ich habe ihn geil geile Scheiße hä, Moment, war das ein Hase? ja ja, war ein Hase ach so, hier waren gar nicht die Sticks da war noch mal ein Hase Hase, 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 bleib stehen oh, bist du jetzt ein Stein oder ein Hase? das ist ein Stein wieso haben wir hier ah, okay ich bin echt gespannt, ob wir jetzt, ob wir jetzt wieder anfangen zu suchten und dann wieder so haufenweise Folgen kommen oder ob ich bin auch gespannt, ja oder ob wir jetzt dann heute, am Laufe des Tages sagen ja, war mal wieder schön rein zu gucken, aber ich glaube, das reicht für seit nächstes halber Jahr wieder jetzt ist schon wieder dunkel hier wo ist eigentlich dieser Schlitten, ist der? ich weiß nicht, warum haben wir eigentlich aufgehört? ich bin mir gar nicht sicher war irgendwas, oder? ich glaube, wir haben echt keine Lust mehr gehabt oder ich glaube, da ist ein Spiel dazwischengekommen und dann haben wir in der Zeit war doch anno 18 war das oder schon? ja, nee da war doch die Open Beta und so ja, die Open Beta war, genau ein paar Betas von dem und dann haben wir White Lens, glaube ich, weitergespielt und zu Ende gespielt und White Lens hat dann so viel Zeit in Anspruch genommen das war heftig wir haben hier White Lens zu 100% durchgespielt das ist auch alles gesammelt, etc und das hat so viel Zeit in Anspruch genommen und dann, als wir White Lens zu Ende hatten da dachten wir boah jetzt haben wir auch keine Lust gerade Forest zu spielen ähm und dann kam, glaube ich, Anno eigentlich direkt nach White Lens nee, das kam vor White Lens Anno und nee, währenddessen ach, ich bin grad gar nicht sicher oh, du hast schon Feuer angemacht man könnte schlafen ja, ich esse in der Früh ich esse in der Früh ja, ich stehe effektiver wupp hallo ja 1 hast du'n Timer gesetzt, übrigens äh, kannst du natürlich vergessen haben, ihn zu akquieren ich wusste es okay okay gut, dass du's mal gesagt ich hab'n paar Minuten runtergedreht und jetzt ja, wurscht ich hab' ihn jetzt auf 18 Minuten also muss, glaube ich, nicht aufpassen geht er nicht so genau aber ich merk' schon, ich muss wieder was essen und trinken oh ja, jetzt wo du's sagst das Problem beim Hardcore Modus ist, man kommt eigentlich nicht zum Bauen stimmt, wir sind ja im Hardcore Modus, das hab' ich total vergessen gerade ja, genau darum darum kommt man eigentlich zu gar nichts weil man eigentlich die ganze Zeit nur Essen suchen muss stimmt also bis wir zu unseren Garten haben und so mhm Puh, 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 Puh ich ess das mal unsere ganzen Bären immer noch nicht mal hatten wir hier irgendwo Wasser? Weißt du das noch? weil ich brauche, äh äh im Norden einfach dahinter laufen mit dem Töpfchen Du könntest dich hier auch einfach, weil die ganzen Bären ist und die brennen sind echt total ich hole mal Wasser ah ja, hier ich glaube jetzt habe ich das gleiche problem wie du er will das wasser nicht ich bin ja schon berückt dass das problem ist das hatte ich nie ich hatte das echt wie jetzt nur plötzlich geht nicht mehr kriegt er kein wasser aus ja dann musst du wohl zum wasser nehmen felsen wasser neben felsen ja das auf der anderen seeseite doch nicht immer drauf scheiße das ärgert mich jetzt hier sind bären die putze ich einfach das gut da fertig so habe ich noch auch hier wäre auch ein kleiner teig vielleicht jeder hier auch hier ist ein koffer ich öffne die mal aber auch auf hardcore gegen die sporn ja glaube ja ja ist irgendwie auch ganz gut für stoff und sonst wäre es nachher zeit nicht schwer ja eigentlich das was gar nicht machbar weil stoff ist nicht fast einer der wichtigsten materialien im spiel man muss aber auch dazu sagen es war auch lobe weil ich mein stoff ist ja relativ viel wenn du das so ein t-shirt was sagt man mal ne da kriegst ja viel stoff raus je nachdem halt ne wie stoff einheit da so definiert ja ich glaube mal anfangen zu hacken du machst schon oder machst du gerade was anders so kann das schon ein regal fertiggestellt perfekt haben wir eigentlich in schlitten gebaut ja das bei mir das ist das lila näher das klingt ja ja ich hab gar keine richtige achte sicher immer noch die anfänger achst hast du eine andere achte ne es gibt doch die gute die starke die müssen mehr die ist glaube ich gar nicht besser oder weiß nicht die waren doch gleichwertig motorsäcke wir ganz gut weil da ich das hat mich noch voll interessieren wie schnell das dann geht das hatten wir ja noch nie ne und wer sapnautica koop könnte das auch richtig ja sapnautica da hätte ich voll bock weil ich habe es mal weil ich habe es mal alleine gespielt und es hat mich null motiviert ich habe es auch mal glaube ich alleine gespielt gehabt versucht aber ich habe es nicht hinbekommen es hat auch keinen spaß andere schwärmen davon aber ich bin glaube ich bei solchen survival spielen echt so ein richtiger koop mensch ich auch auch wenn es eigentlich bei survival eigentlich viel dahin so richtig ist wenn ich koop spielen möchte aber zusammen stimmt sich einfach das ist doch die sport oder doch hier in den felsen reingeraten nur noch weg das schöne ist eigentlich wir haben unendlichen vorrat an gute pfeile bei der hinten bei dem zeltlager das sind unendlich viele pfeile die du sammeln kannst und die spawnen auch immer wieder welches zählt ja das ist relativ nah hier ne ne ist das nicht bei mir was da spawnen pfeile dahinten pfeile die sind so in der piste drin das sind richtige richtig gute pfeile ach scheiße dreck jetzt habe ich da ein arm ins lagerfeuer gelegt also pass auf das was im lagerfeuer ist bitte nicht essen links einfach verbrennen ja sehe ich drei die kommt zu dir das hat keine folge halt bei dir auch was auch richtig pfeile ja aber es ist halt gerade bei dir voll wenn du redest ok immer noch ne jetzt muss weg oder warte ich geh mir noch näher jetzt red mal hallo ich dachte jetzt aber in game chat oder sowas so werden wir schon fast alles hier okay das nervt mich immer noch das ja da immer nicht bestimmt kann ja das nicht mehr jetzt als wieder habe ich das hallo hallo nicht nur noch nie aber das ist auch immer so ein billig also das nur ganz kurz also nicht dauerhaft du redest ganz normal dann manchmal höre ich so im hintergrund so dich heilen aber das ist dann sofort wieder weg ok habe ich den vogel ist erwischt jawoll den habe ich erwischt bin hier full oder was so ich habe das kleines fleischchen alles hier ich darf den hasen hinhängen und ansonsten habe ich ja nicht aber die ausdauer der arm ist weg ich habe mal zwei kleine fleischchen aufs folgen ich habe mal zwei kleine fleischchen aufs folgen bis jetzt weiß ich schon nicht mal wo ich den baum gefällt habe ja da hat mir so wichtige schildkröten probleme nicht mal ich hast du ein bisschen hunger aus dem lager vor liegen also hier können irgendwo zwei baumstämme rumliegen ich finde es nicht mehr ok für gibt es hier echt viel krass wie sind wir denn eigentlich hin denn hier oben na da liegen hier liegen zwei baumstämme also sonst noch irgendwelche baumstämme ne zwei habe ich runtergebracht gehabt und ja ok alles genau zwei lag noch da jetzt fall mach mal hin ich weiß nicht warum der nicht fällt so jetzt ja arsch arsch hä das war nicht nur zwei oder? das war irgendwie schon vertrocknet da war ein Reh? ja ich habe ein Reh mal angeschossen wo ist das denn? und ich glaube ich drücke die ganze zeit zwei und ich nehme da die ganze zeit irgendwas ganz blöd ja was nehme ich denn da das weiß ich gar nicht vielleicht soda oder ein snack oder sowas irgendwie sowas ja ich dachte aber gerne mal einen bogen auf zwei machen oder ja ja da hatten wir glaube ich letztes mal auch schon die probleme mit diesen short cuts weil wir nicht mehr gewusst haben wie genau das geht eins ist meine axt ok das ist schon mal wichtig gut also so obwohl ein snack lasse ich vielleicht drin und ein soda lasse ich auch immer in inventar so sicher sicher Alkohol 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 kommt ähm hier ja zack 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 so wir brauchen Holz ja gut Blumen und was ja Holz brauchen wir eigentlich nicht mehr oder so ja wurscht die Bäume sind weg wir haben jetzt aktuell keine Projekten Aber man könnte jetzt eventuell... Wir haben ja diese eine Hütte, wo die ganzen Stöckchen... Wollen wir das einfach eine reine Stockhütte machen? Ja, war gar nicht geplant, oder? Oder glaubst du, die vier Dinge reichen? Okay. Dann müsste man jetzt eigentlich, blöd gesagt, nochmal eine Hütte bauen, wo dann die ganzen Baumstämme drin sind. Brauchen wir eine Hütte, wo Baumstämme drin sind? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Baumstämme können wir draußen lagern, oder? Können wir auch machen, oder? Ja, genau. Sollen wir die dann... Ja, genau, den habe ich irgendwie aus... Wollen wir dann eigentlich diese Baumstämme dann neben dem Stocklager lagern? Ich bin mir nicht... Oh, ich habe Fleisch. Das hänge ich jetzt nochmal auf. Lagerung. Baumstammlager. Ja. Man könnte es jetzt hier so lagern, oder man dreht das Ganze und macht es hier so. Ja gut, aber wir brauchen ja nicht diese riesigen Baumstammlager eigentlich, oder? Das ist voll vergammeltes Fleisch. Ich glaube, das soll ich nicht mehr essen. Also alles, was einem trocken lügt? Nimm mal weg, ich mag das nicht essen aus Versehen. Das sieht echt eklig aus. Hier, guck mal hier, im Lagerfeuer ist doch noch was. Was ist das für'n kleinen Hunger? Das ist ja voll verkokelt, Alter. Das ist voll komplett schwarz. Ich habe da auch NULL Hunger dazu bekommen. Aber es geht gar nicht da... Okay, sauer, dann liegt da mal was rein. Ich glaube, das ist... Also ich habe nochmal zwei kleine... ...rein. Ja, genau, tust du irgendwo... Hey, da läuft hier jemand. Hallo! Verdorben, verdorben, verdorben. Ich habe nur verdorbenes Fleisch hier drin, ne? Ablegen, ablegen, ablegen. 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 Ja, darum am besten... ...einfach, wenn du ein bisschen Fleisch hast, einfach gleich in den Feuerwasch. Ein bisschen warten, wenn es diese kleinen Dinger sind. Oder zum... ...wenn es die großen sind, halt... ...zum trockenen nennen. Boom. Glaubst du, das ist in Ordnung so? Zwei so... ...Bomsturmlage einfach, dass das... Hm? Darf wir hauen. Wollen wir das echt dorthin hauen? Oder wo... ...wohin willst du es denn hin hauen? Also ich würde es halt jetzt nicht... ...mitten in die Siedlung reinpacken. Ich würde es halt jetzt nicht vielleicht mitten in die Siedlung reinpacken. Hier vielleicht hier so hin? Hier so? Einfach, weil es direkt am Wald ist und dann kommt man hier so direkt zum... ...oder mit dort. Ich finde es... ...wie Englisch. Alter, ich muss jetzt mal ganz kurz meine Beinbundhöhre zu machen. Das ist grad richtig laut draus bei mir. Oh ja, ich höre grad... ...Sirene. Geht ja richtig ab bei dir. Ja. Alter. So. Ja und dann gegenüber ist noch so ne kleine Baustelle, wo es die ganze Zeit rum vorwerken und sägen und so. Hey. Oh, diese Stille. Oh Gott. Aber ich finde eigentlich, das sieht ein bisschen... ...schön aus, wenn die es lagert. Ja, ist gut, aber reichen zwei? Weil wenn wir eigentlich denn hier offen hier eigentlich dann... Ja, aber reichen zwei? Das sieht halt nicht schön aus. Es wäre halt... ...trakt. Ich weiß nicht, wir können ja... ...man könnte auf der anderen Seite vom Haus nochmal zwei bauen. Was ist, wenn wir drei so längliches machen? Dann hätten wir wenigstens drei. Oder man macht drei längliche, könnte man auch machen. Oder da würden sogar vier hinpassen, glaube ich. Warte, ich zeig... Ich mag mir das mal anschauen, wie das länglich ausschaut. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das ging. Wie war denn das? B für Baummenü, oder? Naja. Ach da. Hasenkäfig? Nee, das war es nicht. Baumstamm. Ah ja, genau. Nicht genau, ne, wir müssen ja doch noch reinkommen, glaube ich, oder? Nö. Ich glaube nicht. Man kann ja einfach hier so... So ungefähr, ja genau. Das hätte ich auch gedacht. Oh ja, das ist wieder richtig geile... ...Bau-Menü von Forrest. Dann könnte man eventuell... ...dann noch mal so bauen. Obwohl, da kommen wir hier nicht mehr durch. Nö, das ist scheiße. Das ist aber der Abstand nicht. Nö, sieht nicht gut aus. Hahaha. Das muss man... Das fängt ja mal wieder geil an. Aufstieg gleich mal. Digga, ich kann echt den Forrest. Der hat das Bauen in Forrest halt so gemacht, dass man das ja perfekt missparen kann. Zum Beispiel sieht man auch ganz gut beim Dachbau, zum Beispiel. Hey, wir haben gar kein Dach. Nee, aber bei unserer ersten Staffel. Ja, stimmt. Ach ja, die war so schön. Die war so schön. Wie lustig die war das. Der Hammer. Was? Mach mal anders. Mach mal da bissl größeren Abstand. Mach mal da bissl größeren Abstand. Mach mal sicher zu gehen. Wohl, dann ist es hier eigentlich schon wieder. Obwohl man kommt... Ne, doch, man kommt hier eigentlich schon durch. Ja, doch. Sieht besser aus, oder? Komm mal kurz her. Ja, ja, sieht gut aus. Geil. Ja, mach mal so. Kannste so bauen. Ich genehmige das. Die Genehmigung bauen. Du wirst es nicht glauben, aber die Zeit ist schon wieder vorbei. Ja, doch, ich glaub's dir. Leider ist es so, dass ich dir glaube. Ja, wo waren jetzt die? Gut, wir hatten das bissl verpeilt mit der Zeiterfassung. Darum könnte man vielleicht noch bissl weiterspüren. Ja, ich mach jetzt die Baumstimme dann noch. Oh, ne. Lol, das sieht man ja mal gar nicht. Hä? 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 Das ist mir nur gar nicht angezeigt. Haben wir das Fähnchen da aufgestellt? Komm mal schnell her. Ja, ja, genau. Das da bei diesem Sprengding da. Genau. Haben wir das Fähnchen? Das hat keine Farbe irgendwie. Ja, aber dann ist es... Ja. Das sieht sie gar nicht. Ja, genau. Jetzt sieht man's. Aber ich glaube, wir haben... Kann das sein, dass wir gelb gemacht haben für... Drückst du da gerade auch drauf? Ne. Oder war das lila? Ich bin mir grad nicht mehr sicher. Ja, wir haben eigentlich weiß genommen, aber... Weiß macht keine Farbe. Ne, hier ist ein Baumstamm. Da hinten ist irgendwas gelbes. Ich bin mir aber nicht sicher, was das ist. Und da links hinten ist so ein... Äh, lilanes. Ein lila war was? Boah, ich weiß jetzt nicht. Shit. Ach ne, lila ist hier unser Ding. Unser Wägelchen. Ja, aber was ist denn das andere lila da hinten? Ja, welches andere lila da hinten? Das ist irgendwie grad... Brüder weißt du die gleiche Farbe. Hä, wo ist denn? Ich sehe nur zwei. Da, ich schau grad hin in die Richtung. Da. Da. Da ist bei mir gar nichts. Äh. Lul. Da ist bei mir gar nichts. Ich hab das jetzt immer mal gelb gemacht, damit wir es überhaupt sehen. Ja. So, ich fahr mal mit dem Ding da runter. Füll ein bisschen auf. Schaust du grad nach, oder wie? Was? Nö. Hä? Hä, wie viel Bug war das jetzt? Lul. Energiemischung. Ja, das bräuchte man. Das ist... Hä, das ist grad ein bisschen verzögert. Ein bisschen verpackt. Bei mir. Nein, wurscht. Ach, das ist... Ach, das ist auch eine. Ach so. Und so ein... Kommilieren. Ah, okay. Die Energiemischung. Ja, das sieht man. Mh. Mh. Es ist Nacht. Wir sollten schlafen gehen. Kann man schon schlafen? Ich wollte grad sagen, die Energiemischung soll ich vielleicht nicht in der Nacht nehmen. Ja, wir können schon schlafen. Das ist sehr gut. Ne, wir müssen den Rhythmus einhalten, ehrlich. Weil sonst... Ja. Dann kommen wir wieder durcheinander. Sonst können wir wieder irgendwann mitten in der Nacht nicht schlafen und so. Weißt du? Hä, ich komm doch nicht rein. Ach, ich bin schon drin. Zack. Sehr gut. So. Gut passt? Na gut, jetzt haben wir geschlafen. Jetzt könnte man theoretisch... Folgenfluss machen wir die Folge. Jo. Jo. Wohl, da ist doch noch zwei Flaschen drin. Naaah. 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 Ja, sie ist mir eigentlich ganz praktisch. Ja, aber du brauchst ganz oft viele davon. Joh. Warm. Für den kleine Hunger zwischendurch und geil. Passt. Ok, passt? Jo. Ich bin wieder richtig voll. Keine Antwort. Genau. Ja, dann machen wir dann nächste Folge einfach da ein bisschen weiter und dann überlegen wir mal welche Gebäude wir dann noch, weil hier, da bauen wir noch ein Häuschen hin und dann eventuell dann wir so ein riesiges Projekt mit der Palisade, richtig schön Zaun ausmachen. Gut. Schauen wir mal wie wir das dann machen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski. Tschüss. Tschüss.